Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ihr merkt, der Vlogtober läuft nicht so ganz rund. Wieso, weshalb, warum und wie es im November und Dezember weitergeht, dazu kommt nochmal ein kleines Video. Ich habe heute noch so ein Foodhall für euch. Das war eigentlich mal Teil eines Vlogs. Dieser Vlog ist aber nie fertig geworden, aber ich dachte, ich habe schon lange auch kein Foodhall mehr hochgeladen. Aber wundert euch nicht, der hat halt kein Anfang und kein Ende, weil es halt eigentlich mittendrin in einem Vlog war. Aber ich dachte, da habt ihr nochmal einen kleinen Foodhall zu sehen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit diesem Video und ja, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss! Wir waren gerade im Penny einkaufen und ich wollte euch mal wieder zeigen, was ich eingekauft habe. Also einen kleinen Foodhall. Und ich starte mit dem Tiefgefrorenen, damit ich das gleich wegräumen kann. Ich habe einmal Buttergemüse mitgenommen. Das muss immer bei uns da sein. Das ist Winz auch so, ohne alles. Dann habe ich einmal Sahnegeschnetzeltes mitgenommen. Kann man zu Spätzle oder so machen, aber ich werde es wahrscheinlich zu Reis machen. Und seit langem mal wieder Tiefkühlbrötchen. Die gibt es bei uns wirklich sehr, sehr selten. Aber ich weiß, dass wir ein stressiges Wochenende vor uns haben. Und da fahre ich bestimmt nicht früh zum Bäcker und dann mache ich bloß die warm. Das räume ich jetzt erstmal in den Tiefkühlschrank und dann zeige ich euch zum Rest. So, machen wir mal weiter. Dann habe ich einmal ein Glas Erbsen und Möhren. Dann mache ich immer so Gemüsereis damit. Dann habe ich mir einmal Fertiglasagne mitgenommen. Fertig essen gibt es echt super, super selten bei mir. Aber Lasagne für mich alleine lohnt sich nicht. Und Manu isst keine Lasagne oder nicht so gerne. Deswegen hole ich mir, wenn fertig essen, dann Lasagne. Dann habe ich Heidelbeeren mitgenommen, weil die im Angebot waren. Kleine Tomaten brauche ich immer, weil Winz die halt gerne isst. Und da fällt mir auf, dass ich keine Gurke mitgenommen habe. Hm, naja. Dann habe ich Trauben mitgenommen. Dann habe ich nochmal große, größere Tomaten für Tomate Mozzarella. Und ich habe einmal grüne Äpfel mitgenommen. Dann habe ich hier einmal Frischkäse. Das ist für mich, weil das ist mein Butterersatz. Ich habe zweimal Butter mitgenommen. Einmal, weil wir so welche brauchten und weil ich eventuell was backen möchte. Dann habe ich für Winz Joghurt mitgenommen. Minimax. Und das hier ist für Manu. Rote Grütze habe ich zweimal mitgenommen. Und für mich habe ich einmal Mousse au Chocolat mitgenommen. Dann ist hier der Mozzarella. Den habe ich zweimal. Dann habe ich hier solchen Käse mitgenommen. Und in Kombination mit dieser Salami werden das Pizzabrötchen. Dann habe ich Geflügel Mortadella mitgenommen, weil Winz die immer braucht. Dann gab es im XXL-Pack, also es waren irgendwie so XXL-Wochen, Ferdi-Fuchs. Also die gibt es bei uns auch sehr selten. Und ich dachte, in diesem XXL-Pack ist das vielleicht ganz süß. Und da bekommt Winz ab und an eine und Manu auch. Für Manu sind aber eigentlich diese Geflügelkäse Wiener. Die isst er super, super gerne. Außerdem für Manu ist diese Tomatencreme, also Heringsfilet in Tomatencreme, auch ein XXL-Pack. Das isst er nämlich auch sehr gern. Ebenfalls für Manu sind Buletten, müssen immer am Haus sein. Und einmal Käseaufschnitt. Dann habe ich Brot mitgenommen. Für Manu, der isst nämlich oft nur dieses Helle, am besten ohne Körner. Und ich habe richtiges Brot im Kühlschrank noch. Außerdem habe ich eine große Packung Eier mitgenommen. Einfach für Rühreier abends oder so, muss auch immer da sein. Und wenn ich eventuell backe, einmal Buchstabensuppe für Winz. Nudeln muss ich auch immer, immer, immer einkaufen. Und dann habe ich für meine Verhältnisse recht viel Süßkram eingekauft. Aber wir hatten wirklich gar nichts mehr. Unser Schrank ist wirklich gähnende Leere. Und ich habe immer gerne was da, falls doch mal jemand nachmittags zum Kaffee kommt. Ich muss natürlich auch immer was da haben für Winz für den Kindergarten. Und Manu beschwert sich auch immer, wenn der Süßigkeiten-Schrank leer ist. Deswegen habe ich einmal so ein Vierers-Muffin-Dingens mitgenommen. Wenn mal jemand zu Besuch kommt. Dann einmal hier so Doppelkeks. Essen auch Manu und Winz sehr, sehr gerne. Dann habe ich für Winz mitgenommen. Das ist von Naturgut. Also so Quetschis. Und da habe ich genommen Apfel. Genau, da sind vier Stück drin. So, dann. Und das ist eigentlich wieder für Manu. Also das ist eigentlich ein Foodhall für Manu. Gab es auch in XXL. Crunchchips Paprika. Und die essen die immer, immer, immer sonntags zum Football. Also die brauchen gut drei, vier Crunchchips-Packungen. Wenn die Jungs abends zum Football gucken kommen. Dann habe ich mal diesen XXL-Pack mitgenommen. Dann habe ich Pudding mitgenommen. Zweimal Schoko, zweimal Vanille. Es ist jetzt so die Zeit, wo man mal wieder auch Pudding machen kann. Für Manu habe ich Knusperflocken mitgenommen. Die isst er sehr gern. Und das letzte, wenn halt mal jemand zum Kaffee kommt, um so was da zu haben. So eine Gebäckmischung. Die war okay vom Preis her. Und da ist halt für jeden irgendwie was Passendes dabei. So, das war's. Das war mein Wocheneinkauf. Und ich habe echt nur eine Gurke vergessen. Das ist gut. Ich hatte halt so was wie Milch und so. Das hatte ich alles noch da. Ja, das war's. Und dafür habe ich bezahlt 46 Euro.